Hallo Leute, weiter geht's bei Doom Eternal! Zweite grössere Explosion, ich würde gerne meine Eisbombe aufs Maximum bringen, so. Diese mag ich am liebsten, das stimmt. Soll ich sonst noch irgendwas, das sich lohnt für mich? Greifen. Ja, ich glaube das wäre interessant, aber so taktisch spiele ich jetzt auch wieder nicht. Der schützt sich schneller auf unter Umständen. Ich weiss nicht, den Rest spare ich mir auf. Ja. Aufzug nehme ich an, oder? Ja. Munitionstechnisch sehe ich kein Problem, ausser natürlich... Raketenwerfer ist leer. Geht das einfach hinter mir auf? Sollten das? Karte. Oh, Secrets. Oh, jetzt bin ich auf dieser Seite, ich verstehe. Oh, ich verstehe. Da. Okay, du bist hässlich. Äh, shit. Ich wette, das Leben bekomme ich nicht von dieser Seite aus. Hätte ich euch den anderen Weg nehmen sollen, denn ich beim letzten Mal nicht gegangen bin. Naja. Man kann nicht alles haben. Was haben wir denn hier noch alles? Kann ich noch irgendwas anderes aktivieren? Ist ja ein bisschen schwer. Hier war doch auch grad was. Ne. Nur hier. Wie das aussieht. Okay. Aktivieren. Zugang zur Brücke der Oberflächenkanone. Manuelles Laden initiiert. Das ist eine Waffe. Kein Teleporter. Ich muss das nehmen, was ich habe. Samuel, ja. Tut mir leid. Besuchen Sie Jessica in der Personalabteilung und nehmen Sie an der UAC sterblich gehandicapten Blutspendeaktion teil. Nein. Seien Sie großzügig. Geben Sie Ihr Blut. All Ihr Blut. Nein. Ist das hier gerade die letzte Rune? Das ist die letzte Rune. Ha. Ich habe alle Runen gefunden scheinbar. Vielleicht gibt es auch mehr, als das man braucht. Das kann auch sein. Oh. Hohe Rune. Erhalte alle Runen in einem einzigen Spielgang. Oder Spieldurchgang. Schön. Ist hier noch irgendwas? Scheint nicht so. Gut, Leute. Perfekt. Der Stein sieht irgendwie cool aus. Respektiv der Boden. Der Dreck, Schlamm, was auch immer. Oh wow, wie das aussieht. Ist das mein Ziel jetzt? Unbehagen. Ich sollte nicht hier so umherhüpfen, glaube ich. Ah ne, wenn ich da runterfalle. Ich glaube, es ist auch nicht dafür... Ich wollte schon sagen, es ist auch nicht dafür gemacht, dass ich da herumklettere, glaube ich. Ich bin gerade gestorben. Aus Gründen. Und das, das will ich jetzt als das Vor-Kapsel benutzen. Erinnert mich ein bisschen, aber wirklich nur ein kleines bisschen an so eine Saiyajin-Raum-Kapsel, ja. Wir brücken. Laden und feuern. Oh. Mutig. Überbrücke Ladevorgang. Feuer. In drei, zwei, eins. Wow. Oh. Spielgefährten. Hier, fress das. Hehehehe. Oh. Hektar. Oh, das war auch speziell. So. Weggesprengt. Ist das wichtig? Kalibrierung? Nö. Braucht kein Mensch. Machen wir hier noch kurz. Boom. So, und dann nehmen wir das. Was? Ja, die Sekundärfunktion, diese Waffe, die ist wirklich fantastisch, muss ich zugeben. Oh, 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 oh. Jetzt, pass auf. Ich glaube, hier sollte nicht viel sein. Doch, hier geht's auch weiter. Wo ist denn mein Ziel? Gott, ist das Gebiet gross. Ich bin hier auf jeden Fall schonmal falsch, glaube ich. Hallo? Ne, da ist kein Tentakel. Wo zum Fick bin ich denn hier? Tentakel! Tentakel! Nein. Tentakel! Nein. Was? Oh! 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 Schön. Äh, ich weiss nicht, was ich für den Weg jetzt genommen habe, aber... Es war scheinbar ein Weg. Hier drin ist Blut, okay. Tentakel! Tentakel! Ich sag's noch. Äh, wo kommst du her? Vorm Himmel geholt, habt ihr's gesehen? Tentakel! Was zur... Haufen Scheiße! Komm her! Tentakel! Ich drück zu... Langsam ab. Was hat das Ding für eine Reichweite? Was hat das Ding für eine Reichweite, Mensch? Ist jetzt sofort tot hier. Oh! Secret? Secret? Natürlich ist da oben Secret. Diesen Weg bin ich nichts umsonst gegangen. Halt dich bitte fest. Aha! Nehmen wir das. Da war scheinbar noch was. Hm... Karte. Jetzt über mir? Ja, aber... Moment. Sieht verdächtig aus. Nein! Was ist das? So, hier nehm ich. Oh, schön. Sehr schön. Aber... Wo geh ich lang zur Hölle? Ist das der richtige Weg? Ich muss hier schwingen, oder? Oh! Noch ein Geheimnis gefunden. Das war jetzt nicht so das Ultra-Geheimnis, oder? Wo bin ich denn? Was? Da hoch! Es hat nicht gereicht, oder? Doch, aber... Ich komme da unmöglich hoch. Ich muss da lang? Wie soll denn das angehen? Jetzt müsste ich nach oben gelangen, irgendwie. Oh. Auf jeden Fall jetzt nicht mehr nach unten. Das wäre tödlich. Ja gut. Ne, das klappt nicht. Ne, das klappt nicht. Aber das wäre der richtige Weg für mich. Ich sehe keinen anderen Weg. Das ist halt wirklich keinen anderen Weg für mich. Oh. Hä? Ne. Da bin ich ja bereits durch. Ich müsste ganz hoch gehen, aber... Ich sehe keine Möglichkeit gerade. Äh, aber kann ich hier klettern? Ne. Das ist jetzt wieder so ein lustiger Punkt, nicht wahr? Da oben sehe ich auch nichts. Ich bin hier durchgebrochen auf jeden Fall. Da war ein Secret. Ich bin hier durchgebrochen. Ja, da durch das Loch komme ich, aber dann weiter hoch komme ich nicht. Ich übersehe irgendwas, aber was? Es gibt keine anderen Wege. Unten durch. Oder... Hä? Ne, da kann ich mich nicht festhalten. Nein. Äh... Was? Oh, ich kann hier... Was ist das da? Ich kann hier unten stehen. Äh... Gut, ich habe nichts gesagt. Ich bin da irgendwo gewesen, wo ich nicht sein sollte. Na schön. Äh... Was schwebt da für ein riesiges Teil? Das da? Sehe ich... Was zum... Portal. Was mache ich denn da? Was? Was ist das hier alles? Kann ich vielleicht so zum Secret hoch? Oh. Nicht ganz zum Secret, aber... in etwas anderes. Hier soll ich kämpfen. Wir versuchen es. Wir versuchen es. Wir versuchen es. Wo bist du denn? Oh nein. Komm schon. Nein. Viel geschlagen. Viel geschlagen. Spassig. Normal. Wäre das der letzte gewesen? Valor. Es ist der. 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 Jetzt geht mir die Munition aus. Ich hätte das einsetzen sollen, oder? Okay, nochmal. Okay, nochmal. Ich hab nichts mehr. Gott, das klappt einfach nicht. Das klappt halt einfach nicht. Letzter Versuch. Letzter verdammter Versuch. Bist du. Jetzt! Treff nicht! Okay, das klappt nicht. Ich verschwinde. Hab keine Lust mehr. Ich hab keine Munition mehr. Äh. Ich hab's gefunden. Das muss reichen. Ich hab's gefunden und das muss reichen. Bei Munitionstechnisch stehe ich ja gut da. Trotzdem. Ich hab's versucht. Ich hab's nicht unbedingt gepackt. Mir egal. Ich hätte auch noch meine BFG verwenden können, aber... Schon ein Schuss ging drauf und das ist schon einer zu viel. Ich darf die nicht einfach so verschwenden. Ja gut, jetzt bin ich da oben. Und jetzt? Oh, da. Jetzt bin ich da, wo ich nicht hinkam. Sehr schön. Äh, okay. Dacht schon, wo muss ich jetzt hin? Gut, 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 gut. Hab's verstanden. Äh, wow. Vielleicht kommt hier ein ultimativer Kampf, oder? Oh. Was? Was machst du denn jetzt hier? Ich hab da hinten was gesehen. Da läuft was Grünes. Ich glaub's nicht für mich. Ähm, wo will ich lang? Oh Gott, da unten lang. Was ist das andere Viech? Da unten. Ja. Und nun? Karte. Äh. Darüber irgendwie. Aber wo lang? Oh, vielleicht erst mal noch hier entlang. Dann ist da unten ein Teleporter quasi. Bin ich... Was? Auf den soll ich springen von da drüben aus? Seid ihr denn bescheuert? Ich kann die dann nicht mal sehen. Nee, das kann nicht die Lösung. Oh. Vielleicht so. Aha. Oh nein, dieser Sprung macht mir ein bisschen Angst. Wo lang? Ja. Es ist immer sehr viel Spaß dabei, wenn man nicht sehen kann, wohin man fliegt. Steht ihr? Wo? Ach so, ich muss mich gar nicht bewegen. Ah, okay. Ich muss mich gar nicht bewegen. Trifft sich gut. Äh, das Teil, da stirbt mich ein bisschen. Das ist genau falsch. Ich. Hä? Das war genau richtig. Doch nicht immer vom selben Ort aus. Ich bin immer vom selben Ort aus, verdammt. So, und einfach springen, ohne sich zu bewegen. Nein, ich hänge da fest. Oh Gott, da ist jetzt hier so dumm. Oh Gott. Ich habe gerade was gehört. Oh, und ich sehe es auch. Äh. Die tun nichts, okay. Ich denke, ich muss da weggehen, aber wie? Wann soll ich springen? Ungefähr. Wann? Mein Kopf ist da im Weg. Mein Kopf ist da im Weg. Habt ihr das gesehen? Ja, und jetzt sind diese verdammten Viecher da. Sehr viel lustiger. Spass. Wie soll ich denn da reinkommen? Gott. Oh, ab. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Wo soll ich denn lang gehen? Immerhin, das klappt. Das kann nicht die Lösung sein. Das muss die Lösung sein, aber ich komme da nicht hin. Ich weiss nicht wie, aber es hat geklappt jetzt gerade aktuell. Das war aber ein dummer Sprung. Oh nein. Die dummen Sprünge gehen weiter. Was zum... Meine Fresse. Ich hasse die Viecher. Dann muss ich da rüber. Irgendwas töntet mich bereits wieder. Bitte halt dich fest. Danke. Warum? Ja, klar. Ich kann hier nicht mehr wirklich was sehen. Ich komme nicht vorbei. Schieße. Du musst sterben. Du musst. Ja. Das ist jetzt wieder sehr spaßig. Kaupla... Okay, BFG. BFG. Anders geht's nicht. Wenn alle da auf einem Haufen sind. Wo jetzt? Vor der Sprungpassage oder was? Stimmt. Ja, nein. Vielleicht. Oh ne, da. Kommt alle her. Kommt alle her. Erstmal alles sammeln hier. Feuer. Du lebst noch. Ja, klar. Du hast geliebt. Gott, die Viecher. Ja, ich geh ja schon. Oh, cool. Da ist doch was. Und, komm her. So, jetzt noch das verdammte Gehirn. So, dann kommt das Gehirn. Wenn ich das reicheisen. Wenn ich das einsetzen. Und boom. Okay, es ist tot. Es ist tot. Ich geh das mit. Äh. Der mich jetzt noch gekillt hätte, ja. Dann wäre ich kurz aggressiv geworden. Puh. Ich hab jetzt aber wieder einen Schuss für die, die FG, oder? Ja, einen. Es war also gewollt, dass man das hier benutzt. Dann geht's weiter da nach unten. Ja, das ist richtig. Oh mein Gott. Fluchtkapsel ist noch so weit weg und da ist das Slayer Tor. Okay, Leute. Bevor wir weitermachen, würde ich aber sagen, war's das für heute mit Doom Eternal. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.